hallo leute willkommen zurück zusammen card und heute wird es ein sehr sehr kurzes video und zwar geht es um die zwei spiele 8bit hordes und 8bit invaders beide von petroglyph wie die anderen spiele auch wie diese 8bit armies genauso genauso wie forge bataillons auch alles von petroglyph und irgendwie allein diese spiele starten alle bei mir nicht ihr seht es hier ich drücke drauf auf spielen und er bricht es denn sofort wieder ab ich weiß nicht warum es sind nur diese spiele von 8bit und von allgemein petroglyph und ja keine ahnung wahrscheinlich nutzen die alle denselben launcher zumindest ist der aufbau so hatte haben auch alle dasselbe symbol haben auch alle die selben namen und ja also schade eigentlich und ja deshalb es funktioniert leider nicht deshalb kann ich auch leute kein content bieten ja aber ich muss trotzdem machen muss ein beweis haben weil die dinger wurden gesponsert und als videobeweis sozusagen ist das jetzt hier mein videobeweis und ja liebe petroglyph ähm in studio es geht leider nicht it doesn't work ja mit with my hardware it doesn't work please update your game engine thanks so damit bedanke ich mich auch bei euch würde mich trotzdem über einen daumen hoch freuen damit die leute das auch mit kriegen über ein abo würde ich mich freuen weil es kommen noch viel viel mehr spiele und ja dann sehen wir uns im nächsten video macht's gut auf wiedersehen ciao